Die Indianer sind sicher nicht nur Bevölkerung. Es gab andere Indianervölker oder indigene Völker, die hier gewesen sind, die wahrscheinlich aus Mittelamerika gekommen sind, möglicherweise von Yucatan herübergekommen sind, möglicherweise aber eben auch von Texas oder von Florida mit Booten rübergesetzt sind, die deutlich vor den Taino-Indianern hier gewesen sind. Man sagt ja, dass Amerika seit etwa 11.000 vor Christus am Ende der letzten Eiszeit besiedelt worden ist. Dann eben sind Menschen über Sibirien, über Alaska dann hinuntergekommen, möglicherweise sogar noch mal 1.000, 2.000 Jahre eingeschlossen in kleinen Siedlungen oben im Eis, bis das ganze Eis abtaute und der Weg nach Süden frei war und dann die Völker eben über die Rocky Mountains hinunterzogen, bis über Mittelamerika hinaus. Und da haben wir dann eben, ja, wer weiß es so genau, vielleicht vor 8.000 Jahren, vielleicht vor 6.000 Jahren die ersten Menschen, die hier auf Kuba ankommen und die ersten, ja, als Jäger und Sammler hier leben, die Guanahata-Valles vielleicht und dann später eben andere, die Siboney, die Taino-Indianer, dann mehrere Besiedlungsstrukturen, dann Besiedlungsfällen unternommen haben, hier von Kuba über die Jahrtausende und über die Jahrhunderte. Für uns beginnt Geschichte mit Geschichtsschreibung und die historische Periode, die historische Epoche beginnt somit also in Kuba erst im Jahre 1492 mit Christoph Kolumbus. Wir haben darüber gesprochen, dass Christoph Kolumbus zunächst einmal eine der Bahama-Inseln entdeckt hatte, die Insel, die heute Watling heißt. Er hat sie Salvador, den Erretter, genannt. Warum den Erretter? Er hatte eine viel kürzere Strecke für seine Überfahrt nach China oder nach Japan, wie er ja glaubte, berechnet. Und er hat nicht damit gerechnet, dass die Welt 10.000 Kilometer mehr Umfang hat, als er das berechnet hat. Er hat sich auf nur 30.000 Kilometer Umfang berechnet und deswegen dachte er, viel früher auf Festland zu stoßen, stieß nicht auf Festland und es gab schon fast an Bord eine Meuterei. Und dann kam er auf diese kleine Inseln der Bahamas und er nannte sie dann Salvador, der Erretter. Er schreibt das wirklich dramatisch in seinem Bordbuch am Tag, bevor die große Meuterei ausbrechen sollte. Ja, und dann segelt er die Bahama-Inseln nach Süden hinunter, kommt nach Kuba und deckt am 28. Oktober des Jahres 1492 Kuba. An der Stelle, heute in der Provinz Oldin, wie man Coabana, den großen Platz, nannte. Und davon hat die Insel möglicherweise ihren Namen davon getragen. Christoph Kolumbus reist dann weiter am 6. Dezember hinüber nach Haiti, auf die Insel, die er dann am 7. Dezember La Española nennt. Die spanische Insel besegelt sie bis in den Osten, dann über Puerto Rico kehrt er wieder nach Hause zurück. Und damit ist die neue Welt entdeckt. Kuba in die historische Geschichtsschreibung eingetreten. Erst 1511 kommen die Conquistadori dann aus Santo Domingo hier herüber, geschickt vom Sohn von Christoph Kolumbus. 1511 war Christoph Kolumbus schon fünf Jahre tot und begraben in Valladolid, noch nicht umgebettet nach Sevilla, zum ersten Mal umgebettet. Ja, und dann unter Diego de Velázquez und unter dem Feldkaplan Bartolomero de las Casas kommen die Spanier herüber, besiedeln die Insel Kuba, erobern sie, unterjochen sie, unterjochen die Taino-Indianer. Bartolomero de las Casas schreibt in seiner Geschichte Amerikas, dass er annimmt, dass etwa 500.000 Taino-Indianer hier auf der Insel gelebt haben. Dazu noch einmal 100.000 Guanahata bei ist. Da hinten wir also 600.000 indigene Bevölkerungsmitglieder hier auf der Insel, die spätestens 150 Jahre danach überhaupt nicht mehr auftauchen in den Freundszählungen, ausgerottet wurden, durch Krankheiten und durch die Arbeit in den Goldwäschereien und später in den landwirtschaftlichen Plantagen. Ja, und das Thema landwirtschaftliche Plantage ist ein Thema, das für Kuba ab dann interessant wird, als das letzte Gold ausgewaschen ist aus den Flüssen. Wir sind über einige dieser Flüsse hier gerade gefahren und in einem dieser Flüsse hatte ihn auch Bartolomero de las Casas noch als Conquistador hier sich aufführend Sklaven und ließ dort Gold auswaschen. Im Jahre 1519 zog dann Hernán Cortés, der Bürgermeister gewesen ist, von Santiago de Cuba, der ersten Hauptstadt von Cuba, über San Espíritus und Trinidad mit über 500 Mann und über 100 Taino-Indianer dann nach Mexiko, um das Aztekenreich zu unterjochen, an große Gold- und Silberbeserven zu kommen. Und in der Tat hat man in Mexiko dann ja große, große Silberminen aufbauen können. Und das ist dann auch letztlich das Ende der Besiedlung von Cuba, denn viele Siedler kommen gar nicht erst nach Cuba. Siedler, die schon auf Cuba gesiedelt hatten, gehen weiter in den Westen dahin, wo große Reichtümer ihnen versprochen werden und die bleiben nicht hier auf dieser Insel. Das heißt, es entwickelt sich im 16. und im 17. Jahrhundert eine kleinbäuerliche Struktur, wo die Bauern, die hier sieben, sowohl Zuckerrohr anbauen, dass es auf dieser Insel gibt, seit wahrscheinlich 1511 die Konquistadoren es mitgebracht haben hier auf der Insel, aber auch Blaufarbkräuter wie Indigo. Man hat Mais angebaut zur Selbstversorgung, natürlich Maniok angebaut, Gams angebaut und das Ganze in einem überschaubaren Maßstab. Erst im 18. Jahrhundert, als die Niederländer den Café aus Ceylon hier nach Amerika brachten, in ihre Kolonie Surinam, fängt auch auf der Insel Cuba eine zunehmende Monokulturalisierung von Plantagenwirtschaft statt. Eine zunehmende Einfuhr von Sklaven im 18. Jahrhundert. Und ich sagte das vor einigen Tagen, schon zwischen 1790 und 1820, Alexander von Humboldt hat es ausgerechnet, kamen 300.000 Sklaven ins Land in 30 Jahren. Das heißt, auf die gesamte Insel Cuba in der gesamten Zeit der Sklavenhalterei bis 1886 über, oder nicht über, aber knapp 2 Millionen Sklaven, die hier auf den Plantagen dann eben ausgebeutet worden sind. Kaffee, Indigo und Zuckerrohr. Zuckerrohr wird immer wichtiger werden für die kubanische Wirtschaft. Am Ende des 19. Jahrhunderts wird Zuckerrohr den Kaffee fast komplett verdrängt haben. Und man hat ja auf Kuba mal um 1830, 40, 50 Millionen Pfund Kaffee jedes Jahr produziert. Da war Kuba ein Global Player auf dem Kaffeemarkt. Der große Kaffeemarkt war die Kaffeebörse in London, weil die Engländer kaffeesüchtig waren. Da kannten die noch den Tee gar nicht. Aber dann bricht das um 1850 zusammen, als Brasilien sich damit einmischt in die Kaffeeproduktion und Kuba damit den Kaffee nicht mehr gescheit verkaufen kann. Das heißt, man hat umgestellt auf Zuckerplantagen die Wirtschaft und die ganze Insel wird zu einer einzigen großen Zuckerrohrplantage. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges haben wir hier auf Kuba eine knappe Million Tonnen Zucker, die jedes Jahr hier produziert werden. Das zieht sich bis zum Anfang des Zweiten Weltkrieges. Da gab es natürlich große Einträge. Da 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 da